Ihre Märkte der Raiffeisen Südwestfalen stehen für mehr als nur einkaufen. Genießen Sie Ihr emotionales Einkaufserlebnis in unseren attraktiven Verkaufsstätten. Damit Sie sich von Anfang an wohlfühlen, bieten wir großzügige Parkmöglichkeiten. Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen kompetent und engagiert zur Seite. Bei uns erleben Sie Einkaufen zum Wohlfühlen. Überzeugen Sie sich von unserer großen Produktvielfalt für Haus, Hof, Tier und Garten. Wir sind immer da, wenn Sie uns brauchen. Unsere Angebotspalette umfasst Heimwerkerbedarf, eine große Auswahl an Tierprodukten, Deko für den Gartenbereich und auch Spielwaren für alle Altersgruppen. Wir sind Ihr spezialisiertes Fachgeschäft für Reitsportartikel. Genießen Sie bei uns Ihren Einkauf mit der ganzen Familie. Wettbewerb späumt uns an, für Sie immer besser zu werden. Bei Bedarf packen wir gerne mit an, denn nur so bereitet Einkaufen Freude. Verwöhnen Sie Ihren Vierbeiner mit den besten Ergänzungs- und Alleinfuttermitteln. Hobbygärtner und Eigenheimbesitzer finden in unseren Märkten alles für einen schönen Garten. Wir liefern landwirtschaftliche Produkte und Baumaterialien termingerecht und mit unseren eigenen Kranwagen zielgenau. Kundenzufriedenheit und höchste Qualität – dafür stehen wir. Wir freuen uns auf Ihren Besuch, denn wir leben Nähe. Wir freuen uns auf Ihren Besuch, denn wir sehen uns auf Ihren Besuch. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.